was geht ab freunde und zwar schauen wir uns heute das video von mahan an in diesem video geht es um ufo 361 mit einem 200.000 euro outfit ich denke mal das teuerste davon wird natürlich sein schmuck sein und die uhren und die ketten oder die uhr und die ketten ich würde auch nicht länger dran rumfackeln was gelöte mein name ist man bekommt zu haben wieder leute wir sind heute in berlin am start ihr seht das brandenburger tor der bruder da hinten singt passt auch eigentlich zum thema leute wir haben heute weltpremiere wirklich wir haben heute ufo 361 bei wie vieles der auto wert leute weltpremiere der bruder hat sich bereit erklärt mitzumachen was mich mega freut ich bin auf jeden fall ein fan von ufo ich feiere seine musik mega seit seinem ersten album leute deswegen an dieser stelle checkt ufo 361 auch einfach mal in der beschreibung ab checkt seine musik ab checkt auch seinen box ab demnächst kommt auch sein neues album leute checkt das einfach alles ab wird mich auf jeden fall mega freuen das war auf jeden fall mega perfekt dass er mitgemacht hat auf jeden fall leute ich rede jetzt nicht so viel rum ich komme erst mal zu meinem outfit leute ich habe hier die balenciaga speed trainer am start ihr wisst der balenciaga drip ist am start die jeanshose wie immer von zara 40er die schuhe kosten 575 so was habe ich noch ich habe hier einen neuen pulli vom balenciaga der sinas hoodie der war sehr sehr selten also den habe ich nicht so einfach bekommen der kostet um den dreh 700 800 euro ja hier ist noch mal eine jacke von wulwich am start leute die jacke kostet 400 euro trage jetzt hier noch einiges an schmuck hier meine kette ist auch am start meine kette zeige ich auch gerade zum ersten mal das ist die hand von fatima für die die fragen googelt einfach fatimas hand dann wisst ihr was die bedeutung auch ist die trage ich noch einiges an ja armbändern und hier apple watch und noch eine und noch ein goldring mit diamanten drauf leute hier ist auf jeden fall der endbetrag ich rede nicht so viel als über mein outfit das außen von ufo ist einfach bombastisch leute so leute ich würde jetzt nicht mehr so viel rumlabern checkt das video auf jeden fall bis zum ende ab checkt mich auf instagram abonnet mich auf youtube und viel spaß mit dem video so leute wir haben jetzt hier ufo 361 am start so jetzt eigentlich sollten alle von euch kennen ich hab dich jetzt hier getroffen wir haben uns hier getroffen ich wollte dich jetzt fragen wie viel ist dein outfit wert du bist mode ikone meiner meinung nach im deutsch rap business und da gibt es auch noch schindy und so weiter von unten bei deinen schuhen oder latschen was haben die kostet 30 euro 30 euro latschen pro night das ist noch die big fremsten oder war so auf entspannte auf jeden fall ich hab selber night latschen beste man die socke socke ist einfach weiße tennis socke bruder 99 cent den grünen streifen feier ich überhaupt jetzt gar nicht das sieht mega geil aus ähm ja also diese ketten gehört das noch dazu oder ist das oder wie viel weiße accessoire einfach so sieht auf jeden fall das passt auf jeden fall zum schmuck dazu kommen wir auf jeden fall auch gleich so dein gürtel ich sehe vom dior gürtel auch dior ja ne ich weiß den preis nicht schon ähm den der dior gürtel ist auf jeden fall übertrieben geil die hose finde ich jetzt nicht so geil vor allem mit dem grünen streifen wäre er jetzt weiß gewesen oder ohne streifen wäre die hose bestimmt geiler gewesen irgendwas schreiben wir da rein jetzt ähm das t-shirt ich finde das mega geil mit den rosen und den dinosaurier diese weiße 450 die jahr t-shirt mega geil ähm die jacke leute das ist die stay high jacke ich fähre diese jacke mega vorbei ich sterbe für diese jacke auf jeden fall also ohne spaß was denkst du jetzt muss man dafür bezahlen oder die ist nur in meiner box damit auch gleichzeitig werbung wavebox diese jacke ist nur in dieser box drin auf jeden fall leute ihr müsst euch wave auch sowieso bestellen also das ist ja ihr müsst euch das bestellen ich habe es mir selber jetzt bestellt leute ähm bro ich will diese jacke auf jeden fall haben sie fliegt ja jetzt auch mit der box ähm also ich würde mal sagen sie ist unbezahlbar ne also werbung am start hier genau leute unterstützt den bro hier auf jeden fall ähm bro so was ich an dir zu feiern ist dein schmuck ich meine bevor wir jetzt zum schmuck kommen ähm die jacke ist natürlich nicht das krasseste auch nicht das teuerste im endeffekt aber er will natürlich hier werbung für seine box für sein album machen und ja deswegen hatte die auch an wenn wir darauf auch eventuell eingehen könnten eventuell erstmal an deine die kenne die kenne die kenne die kenne 150 insgesamt 150 rags wie wir aus seinem neuen song gelernt haben krass rags leute 150.000 krass sind das wie es steine alles vs 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 krass krass das ist echt krass in der mitte da wirst du wirst du das sieht mega geil aus heftig das und am handgelenk wenn ich mir noch eventuell oh die rollie was ist das für eine rollie oder das ist eine datejust mit datejust auch mit steine besetzt so individuell du weißt du selbst besetzen nochmal 40.000 euro und so halt weißgott armbänder weißgott armbänder geil man sieh ich feier diesen style richtig danke wieder hast du da irgendwen was an was wir eventuell reinnehmen er sagt einfach zu für bro kann das hier jemand brechen ich glaub dann kommt er wieder dann kommt er wieder bro also wirklich geiler style bro bro er sagt einfach die ganze zeit bro inspirierst du dich also mit so einem style zu tragen allgemein viel ambis bruder viel ambi film halt so ne ok slimy slatrip welcher ami welcher ami findest du mit dem geilsten style oder keine ahnung ich feier die alle gerade so aktuell die ganzen so ysl leute bla gana dies da eigentlich alle so die aktuell am start sind auf jeden fall travis gott meiner mein favorit ja man safe ähm auf die leute rich the kid mega du hast rich the kid auf dein album ja man wie hast du das wie kam da oder die haben uns angefragt wegen dieses wie hieß der song ähm von ihm der song äh black walk black walk remix genau die haben uns gefragt wie wir im remix damals und dann meinte ich gleich mach mal noch ein paar für meine album als im studio und dann haben wir diese zwei dinge gemacht geil man auf jeden fall ja bro äh mega geil freut mich dass wir dich auf jeden fall getroffen haben ey Leute bestellt euch deine box vor ufo361 mein Lieblings rapper hier in deutschland in deutschland ist ja viel los mit style wie der schleim der im ge findest du denn hier in deutschland so hat den geilsten style ich würd sagen eigentlich bist du da ganz ganz oben äh ich feiere rün seine sachen wie er sich kleidet und so weil er so ein bisschen er weiß so ja er weiß auch schon ein bisschen was als nächstes kommt hab ich das gefühl dass ich hab ein bisschen mit ihm abgehängt auf den zwei ich hab mich so ein paar marken genannt wo er meinte bruder das kommt halt bla bla sonst auch nicht viel mehr eigentlich gesagt okay geil warum valenciaga du hast mich richtig geprägt ich hab mir wegen dir also wegen diesen song er hat mich so gehypt weil ich hab mein ganzer kleiner schaum 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 auf jeden fall aus balenciaga Schuhe alle fast von balenciaga Bro warum balenciaga ich war 2000 Bro er sagt einfach ganzer bro zu da war so ein konzeptstor wir haben irgendwas mit balenciaga gemacht war das erste mal dass ich das so entdeckt hab bekommst du dein eigenes t-shirt zusammenstellen bla bla seitdem bin ich so ein bisschen fan geworden halt du weißt doch man hat angefangen diese zu rocken bla bla dann ist so ein song auch entstanden welche marke denkst du wird jetzt bald so am kommen sein neue marken das ist schwer zu sagen das ist immer so ein auf und ab für neue marken keine ahme GmbH oder sowas kennst du ne die kenn ich ja auch nicht ja dann hat mir auch RIN zum Beispiel gezeigt ähm gibt es noch ein paar andere marken so aber ich glaub grad GmbH ist das einzige grad okay Bro danke sorry für die Frage Hage Hage Bruder hat mich gefreut wie gesagt Leute checkt alle seine Links unten in der Beschreibung ab seine Wavedogs müsst ihr euch auf jeden Fall auch selber kaufen er nennt einfach Ofo ganze Zeit Bruder Junge das kann ich schon nicht machen die Jacke unbezahlbar Leute die letzte Worte liegen an bei dir ja ja so Leute das war's mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen Leute mega geile Aktion von Ufo das er mitgemacht hat freut mich persönlich mega wir haben umso mehr Stars bei wie viel ist dein Auto ich bin gespannt wem wir als nächstes am Start haben ähm es sind auf jeden Fall einige Rapper ähm gerade am Start mit denen ich gerade rede und alles mögliche seid einfach gespannt Leute abonniert mich am besten damit ihr keine Videos mehr verpasst es werden in Zukunft auf jeden Fall mega geile wie viel es dann auch wird Videos online kommen Leute auch allgemein wir starten noch bald wieder das Format Meet the Hypes Leute deswegen könnt ihr mir auch könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben falls ihr einen geilen Kleiderschrank am Start habt so Leute das war's jetzt von mir ich hoffe es hat euch gefallen dass ich mit Ufo jetzt dieses Video gedreht habe schreibt mal eure Meinung also ich denke das war's auf jeden Fall vom Video krass aus wird natürlich 200k ähm ich schon heftig wie gesagt Ufo könnt ihr auf jeden Fall supporten sein Album kommt bald streamt seine Songs auf Spotify und wie gesagt wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne ein Like da und folgt mir auf Instagram Peace Peace